Mit Krypto zum Millionär bis 2026, das scheint viele zu interessieren und danke an dieser Stelle, dass ihr völlig eskaliert seid beim Video Teil 1, was Aufrufe, Kommentare und Likes angeht. Viele Fragen, die wir alle berücksichtigen in diesem Video. Franco auf Twitter hat nachgelegt und wir schauen uns heute die Crash- und Pump-Strukturen von Ethereum an, nach dem gleichen Schema wie für Bitcoin. Auch zeige ich euch, wie ihr im kostenlosen Tool TradingView selbstständig diese Kauf- und Verkaufszonen für euch einzeichnen könnt und wie ihr auf Binance Limit Orders entsprechend platziert, dass ihr dann nichts mehr damit zu tun habt. Auch stellen wir ein Community-Portfolio mit Altcoins zusammen, also seid gespannt, viel Spaß im Video. Wer Teil 1 des Videos noch nicht gesehen hat, ja, ihr habt es unglaublich gefeiert, was mich natürlich sehr freut. Franco auf Twitter, von dem die Strategie stammt, stammt ebenfalls. Also nochmal herzlichen Dank für euer Engagement und mit knapp 16.000 Aufrufen und extrem vielen Likes und Kommentaren hat der Algo das auch gut gefunden und wir wurden hochgespült, haben neue Abonnenten gefunden. Also vielen Dank dafür, falls ihr noch nicht subscribed seid oder noch nicht geliked habt, dann macht es jetzt, weil wir sehen, das hat einen unglaublichen Effekt für den Algorithmus. Also vielen Dank für euren Support an dieser Stelle. Auch gab es viele Kommentare, die ich natürlich alle gelesen und ich glaube jetzt auch alle beantwortet habe und unter anderem wurde sich gewünscht, dass ich mal mit TradingView, das kostenlose Tool, zeige, wie ihr selbst für euch quasi die Abstände vom All-Time-High anzeichnen könnt, sodass ihr selbstständig eure möglichen Einstiegskaufzeitpunkte setzen könnt. Auch zeige ich euch, wie ihr auf Binance Limit Orders platziert, sodass ihr eigentlich jetzt einmal festlegen könnt, wie viel Geld möchtet ihr investieren in nächster Zeit, dann die Limit Orders zum Einkauf platziert und dann habt ihr nichts mehr zu tun, außer abzuwarten und vielleicht, wenn die Orders getätigt sind, abzuziehen in euer Wallet und wenn wir im Bullenmarkt sind, wieder draufzuschieben und zu verkaufen. Das alles in diesem Video. Franco auf Twitter, der die Folien erstellt hat, freut sich auch. Er hat, glaube ich, bei 100 Follower gestartet. Ihr seid eskaliert, jetzt hat er 700, macht auch super Content. Also an dieser Stelle nochmal Shoutout an Franco. Vielleicht hier auch nochmal sein Portfolio gezeigt. Er selbst hat für sich ein 5% Spaßportfolio und ein 95% Portfolio, das aktuell aus diesen Coins besteht. Also neben Bitcoin noch einige Altcoins und er hat sich eben, wie wir das auch in diesem Video wieder vorstellen, abhängig vom Alltime High eingekauft. Und wir sehen, trotz Bärenmarkt ist hier die Vielzahl seiner Coins jetzt bereits deutlich im Plus. Und ja, mal schauen, wie das Ganze im Bullenmarkt aussieht. Das auf jeden Fall seine Coins. Mich interessiert natürlich auch, was ihr so gut findet und ich habe eine Google Form aufgesetzt, ist in der Beschreibung verlinkt. Stimmt doch gerne mal ab, was für Altcoins, den Bitcoin ihr noch gerne im Community Portfolio haben möchtet. Und dann können wir da eventuell auch noch für einzelne Coins uns die Trading View Daten anschauen oder sie auf Wuneradar tracken. Ab jetzt, dann können wir da alle mitmachen, wer Lust hat. Also stimmt gerne mal ab. Link in der Beschreibung, einfach im Google Formular eintragen. Jetzt gehen wir, wie versprochen, auf die Crash- und Pump-Strukturen von Ethereum ein. Einen, Franco hat nachgeliefert, also wer ihm noch nicht folgt, at 100 Mio Euro. Angelehnt an Julian Hossps Video, sein Ziel hier 100 Millionen Vermögen. Diesen Zyklus möchte er sein Portfolio von 100.000 Euro auf 1 Million Euro bekommen. Ich drücke ihm die Daumen, bei mir sieht es ähnlich aus mit dem Ziel. Also jetzt schauen wir uns mal das Ganze an für Ethereum. Franco hat wieder super Slides erstellt und er guckt sich auch die Kommentare hier an. Also falls ihr Fragen habt, speziell zu ihm, dann auch einfach in die Kommentare posten. Das Modell wieder das gleiche wie bei Bitcoin. Wir haben vier verschiedene Phasen. Vorbereitung, Kauf, Rudel und Sell. Die, die das erste Video schon gesehen haben, alt bekannt. Trotzdem nochmal kurz drauf eingegangen. Also prepare, wo fangen wir an? Wir brauchen Geld, das wir investieren, damit wir zur Million kommen. Oder von 10.000 auf 100.000, von 1.000 auf 10.000 und so weiter. Wo kriegen wir das Geld her? Ja, es geht darum, eine gute Sparrate zu haben. Wir müssen wissen, wie viel können wir als Spielgeld wirklich zur Seite legen, investieren. Und dieses Cash können wir uns dann aufteilen in unterschiedliche Coins. Wie viel in US-Dollar oder Euro können wir investieren in diesem Zyklus. Und dann setzen wir uns nur noch die Verhältnismäßigkeiten, wie viel soll in welchen Coin. Und bestimmen unsere Einkaufslevel. Basierend auf den historischen Daten, ist natürlich kein Garant für die Zukunft. Aber mehr haben wir nicht als die Vergangenheit. Deshalb immerhin mal ein erster Anhaltspunkt. Ist bei Ethereum sogar ein 20x realistisch, basierend auf den historischen Daten. Das heißt, wenn dein Ziel beispielsweise 100.000 Euro wäre, in diesem Zyklus, also in den nächsten 3-4 Jahren, dann bräuchtest du ein Anfangsinvestment von 5.000 Euro, das jetzt strategisch investiert wird. Hier auch nochmal die ganze Sparthematik. Also wir brauchen einfach Geld zum Investieren. Und Geld, das wenn es futsch sein sollte, weil Krypto ist tot, auch nicht unser Leben beeinflusst. Deshalb erst Notgroschen ansparen, Schulden zurückzahlen, falls ihr welche habt. Und dann sukzessive euren Investment-Bag aufbauen. Und mit diesem Geld können wir dann investieren. Dann kommt die Phase, die jetzt aktuell stattfindet, die Kaufphase. Wann kaufen wir? Wie oft? Und dazu schauen wir uns wie für Bitcoin im ersten Video, jetzt auch mal für Ethereum die letzten Strukturen an. Ethereum natürlich erst 2015 gestartet. Das heißt, wir haben ja nicht so viel Daten und haben 2018 den Crash erst vollständig. Und der 22er Crash ist eventuell noch nicht abgeschlossen. Mehr Daten haben wir nicht, aber die lohnen sich ja trotzdem mal anzuschauen. Ein Punkt noch, der in den Kommentaren oft kam. Ja, was ist, wenn ich jetzt noch gar nicht investiert bin? Bin ich jetzt zu spät? Wenn du in Ordnung, wenn es okay für dich ist mit früheren Einstiegspunkten, auch wenn es noch weiter runter gehen sollte, dann kauf jetzt ein. Also nachher ist es die subjektive Strategie, die sich für ein Gut anfühlen muss. Und bei mir ist ebenfalls so, ich habe aktuell rund 80% investiert. Bei Franco ist es, glaube ich, ähnlich. Und sollte es noch weiter runter gehen, fließt noch mehr rein. Und wenn nicht, dann fließt nicht mehr rein. Wir haben aber 10, 20 Coins auf der Watchlist. Das heißt, es ergeben sich sehr wahrscheinlich hier noch weitere Kaufgelegenheiten. Wenn du aber sagst, du hast noch gar nicht investiert und hast jetzt Angst, dass es weiter hoch geht und nie wieder runter geht, dann geh mit einem Teil auch jetzt schon rein. Muss subjektiv für dich sich alles wohl anfühlen. Was ist passiert? Bisher, wieder ausgehend vom letzten All-Time-High bei Ethereum, sind wir aktuell in diesem 2022 Crash um rund 81% vom All-Time-High nach unten gegangen. Und das zeigen wir uns oder bauen wir uns jetzt einmal selber kurz in TradingView, damit ihr das für beliebige Coins, die euch interessieren, auch machen könnt. Hier unten also eingezeichnet, gestrichelt, die Abstände vom All-Time-High. Minus 80%, 85, 90, 95%. Hier noch klein, das 2015er Low war bei über 90% bei Ethereum, um mal eine kleine Relation zu haben zu den Vorjahren. Wie können wir das Ganze für uns selber, für jeden Coin in TradingView darstellen? Hierzu einfach auf die Seite www.tradingview.com. Es gibt eine kostenlose Basisversion, die völlig ausreichend ist zu Beginn. Und bei Search Markets wählen wir unser Handelspaar aus. Das heißt als Beispiel hier Ethereum, US-Dollar und launchen das Chart. Dann sieht das Ganze so aus. Wir sehen den Kursverlauf von Ethereum, US-Dollar und können uns hier den gesamten Zeitverlauf anschauen, eben seit Geburt von Ethereum 2015. Und wenn wir jetzt den Abstand vom letzten All-Time-High uns einzeichnen lassen wollen, wäre mein Vorgehen, ich schaue mir hier das Hoch an und da geht es auch nicht um einzelne Dollar-Beträge, kann hier rechts bei dem Plus einfach eine Linie einfügen und sage Draw Horizontal Line. Dann haben wir hier oben beim Top eine Linie als Orientierung und wir messen dann hier links mit dem Linealwerkzeug einmal vom All-Time-High im letzten Zyklus runter und fangen an beispielsweise unsere erste Marke beispielsweise bei minus 80%. Also wir sehen, wir sind hier einmal runtergedroppt schon auf minus 81%. In diesem Zyklus, was bei Farenko im Slide ebenfalls drin war, wären wir davon ausgegangen, dass wir unsere Kaufzone bei minus 80% zum ersten Mal einsteigen wollen, dann wäre hier ein guter Zeitpunkt gewesen. Und jetzt können wir uns einfach hier bei minus 80% hinlegen. Also schauen wir, was ist ungefähr 970. Dann machen wir das gleiche Spiel wieder und erstellen uns eine Horizontal Line hier. Die ganze können wir noch durch Doppelklick formatieren und können da noch eine Farbe geben, wenn wir möchten. Style ebenfalls hier noch auf gepunktete Linie und durch Doppelklick können wir es auch noch beschriften. Also Text minus 80%. So, dann haben wir die Darstellung wie Farenko als Beispiel. Das Ganze könnt ihr jetzt weitermachen und ihr messt hier oben noch runter minus 85% und so weiter. Zeichnet eure Linien ein und dann haben wir unsere Werte. Wenn das für uns die Einkaufszonen sind in Relation zum All-Time-High, wissen wir eigentlich, wo wir einkaufen möchten. Und dann geht es nur noch darum, automatisiert diese Strategie auch umzusetzen. Das heißt, nicht emotional zu sagen, ich warte noch ein bisschen, sondern zum Beispiel, ich habe 1000 Dollar, die möchte ich in Ethereum investieren, in diesem Zyklus. Dann könnte eine Verteilung aussehen, ich gehe mit 30% hier bei minus 80% rein, 30% bei minus 85%, welche Auftüllung für euch gut ist. Und dann wisst ihr euren Dollarbetrag oder Eurobetrag von 1000 Euro, wären es dann 300 Euro bei 30%. Und die würdet ihr kaufen beim Ethereum-Kurs von 977 Dollar. Jetzt können wir uns Limit Orders festlegen auf einer Börse. Ja, wir haben hier unser Risiko, das Geld auf die Börse zu schieben. Aber das ist wieder die Abwägung aus, was für eine Rendite mache ich, wenn ich nicht verkaufe beim nächsten Zyklus, sondern durchhodle und wieder den Einbruch mitnehme. Oder ich gehe Risiko für eine gewisse Zeit auf einer Plattform, auf einer Börse ein. Bei mir ist es so, ich gehe hier auf Binance, einfach noch die Größte. Und wenn Binance kaputt ist, dann hat der ganze Kryptomarkt noch ein größeres Problem. Für mich ist es das Wert, dieses Risiko. Ihr könnt es noch verkürzen oder reduzieren, indem ihr euch beispielsweise bei TradingView hier auch noch Alerts einstellen könnt. Das seht ihr hier rechts mit dem Wecker-Symbol. Hier drüben, sorry. Also Alert, das heißt, ihr könntet euch beispielsweise, statt jetzt schon eine Limit Order zu machen und Geld auf die Börse zu transferieren, könntet ihr euch hier einen Alert setzen, Preis-Alert. Hey, schickt mir eine SMS oder E-Mail. Wenn dieses Preisziel erreicht ist für Ethereum, dann würdet ihr schnell zur Börse gehen, würdet Kryptos hintransferieren vom Wallet und dann kauft ihr. Kriegt natürlich dann vielleicht nicht mehr den Kurs, den ihr perfekt bekommen hättet mit einer Limit Order. Abwägung von Risiko muss jeder für sich entscheiden. Mein Vorgehen ist es auf Binance Limit Orders. Das heißt, wenn ihr noch nicht auf Binance seid, könnt ihr euch über unseren Affiliate-Link registrieren. Hat den Vorteil, ihr kriegt da nochmal, ich glaube, 20% weniger Gebühren pro Trade, was natürlich später, wenn die Trades größer werden, gut was ausmachen kann. Und ihr unterstützt uns und den Channel noch. Also da vielen Dank, wer sich hierüber anmeldet. Binance funktioniert aber ähnlich wie die anderen großen Börsen auch. Das heißt, wenn ich euch hier zeige, wie ihr die Limit Orders macht, dann funktioniert das ebenfalls auch bei den anderen großen so. Ihr würdet jetzt also, wenn ihr euch für Ethereum als ein Teil in eurem Portfolio entschieden habt, auf Spot Trading gehen, das Währungspaar Ethereum USD auswählen. Ihr müsst USD auf der Börse haben. Ansonsten wählt ihr ein anderes Währungspaar zu Ethereum. Und dann lasst euch hier nicht abschrecken. In meinem Fall Ethereum BUSD ist voller Orders, weil hier noch ein Grid Trading Bot draufläuft. Aber für euch wichtig ist hier unten die Maske. Wäre also, wenn wir bei unserem Beispiel bleiben, Ethereum hier bei 977 Dollar. Und wir möchten 300 Dollar investieren. Dann sagen wir hier, wählen wir Order Typ Limit aus. Sagen Preis bei 977. Und die Menge an Ethereum. 300 Dollar haben wir zu investieren. Bei 977 pro Ethereum. Gibt uns rund 3 Ethereum. Noch genauer könnt ihr kurz ausrechnen. Und das war es auch. Dann klickt ihr auf Buy Ethereum. Sorry, 0,3 muss es natürlich heißen. Buy Ethereum. Und dann habt ihr die Limit Order platziert. Ihr könnt das gleiche machen für die anderen Einkaufslevels. Und das war es dann auch. Als Beispiel für Ethereum von Franco auch nochmal schön erklärt. Sein Vorgehen sind die Einstiegszeitpunkte, dass er sein Investment beispielsweise 1000 Dollar aufteilt in 30%, 30, 30, 10. Könnt ihr natürlich abstufen, wie ihr möchtet. Noch granularer machen, dass ihr nicht bei minus 80%, sondern minus 81, minus 82. Da einfach die Aufteilung wählen, die sich für euch gut anfühlt. Aber wichtig, dass wir Limit Orders haben. Das heißt, das Ganze kann automatisiert erfolgen. Und wir brauchen nicht Twitter News lesen. Oh Mist, es geht doch noch weiter runter, sondern die Orders sind platziert. Niemand weiß natürlich, ob Ethereum jetzt auch nochmal auf minus 94% vom letzten Alltime High fällt, so wie es 2018 der Fall war. Aber wir schauen uns an, was in der Vergangenheit passiert ist und machen dann unsere Wetten auf die Zug. Wenn das passiert ist, heißt es wieder HODL. Wir können jetzt, wenn die Orders getätigt sind, auch beispielsweise die kompletten Coins von der Exchange wieder runternehmen, in unsere Wallet schieben, haben dann nicht mehr das Plattformrisiko. Aber seid euch auch da bewusst, ihr seid dann wirklich selbstverantwortlich. Dann HODL wir, das heißt, wir machen gar nichts, genießen unser Leben, machen Online-Nebeneinkommen, bringen uns neue Fähigkeiten bei, spielen mit Chat-GPT raus, rum und so weiter. Und dann der wichtige Zeitpunkt, alles pumpt, alles geht hoch, jeder hat wieder Lust auf Krypto und wir sagen uns, ja, ja, wir kennen das Ganze schon, wir verkaufen. Und auch dafür schauen wir uns an, Franco hat das für uns gemacht, wann verkaufen wir und wie oft, wie viel. Wie sah es bei Ethereum aus? Was war im letzten Pump? Auch da wichtiger Hinweis, ja, es gab viele Rahmenbedingungen, wie Notenbanken machen brr, das dazu geführt hat, dass natürlich noch mehr Geld in Krypto reingeflossen ist. Kein Garant dafür, dass es in Zukunft wieder so sein wird. Also, ich selbst gehe auch davon aus, dass es nicht mehr so krass wird oder in dieser Zeit nicht mehr so krass wird. Trotzdem könnt ihr euch für euch die Levels so setzen, dass sie passen, weil wenn ihr zufrieden seid mit dem Profit, wenn es 10x ist, 5x, dann nehmt ruhig die ersten Chips schon wieder vom Tisch. Nicht Schlimmeres als, ach, ich habe es doch gewusst, sondern setzt die Levels so. Das hier jetzt nur der Beispiel, wie war es in der Vergangenheit. Ich hatte hier gerade schon so Annalena Baerbock-Versprecher mit drin. Also, hier 2017 der Pump von Ethereum natürlich extremst, ja, vom Low von 42 Cent hier auf 1400 Dollar. Ob wir sowas nochmal sehen werden, ungewiss, aber wir können uns anschauen, was ist denn 2021 passiert. Vom Bottom, das heißt vom letzten Low, um wie viel ging es nach oben. Und hier sehen wir schon höhere Pump-Strukturen als bei Bitcoin beispielsweise. Da waren wir ab 10x bis 25x. Hier wäre jetzt ein Verkaufsszenario bei 3000, 3540, 4550x mal eingezeichnet. Ob das für euch jetzt auch so passt für die Zukunft oder ihr sagt, ja, so krass wird es nicht mehr. Ich bin schon zufrieden, wenn es 10x macht 20x und ich fange da schon ab, an Gewinne abzuziehen. Auf jeden Fall, das hier die Struktur für Ethereum 2021, wie es wieder nach oben gegangen ist. Und, wie ihr seht, ihr könnt euch das auch hier wieder in TradingView einzeichnen. Vielleicht da noch der Hinweis, ihr könnt hier rechts oben auch einzelne Layouts mit euren Linien abspeichern, indem ihr hier bei Rename und Save euch ein paar, ja, Layouts anlegt. Was lernen wir aus den Pump-Strukturen von Ethereum? Es könnten diese Ausstiegspunkte sein, sowas in der Vergangenheit auf jeden Fall, ab 30x. Verkaufsaufteilung, Vorschlag Franco, 10%, 2530, 2510. Auch hier geht es hauptsächlich um das Psychologische, dass ihr euch wohl fühlt, nicht den Zug verpasst zu haben. Wir werden das Top nie treffen, aber wenn wir zufrieden sind mit unseren Sell-Prices, dann ist das sehr perfekt. Auch da machen wir das gleich. Wir gehen auf Binance, machen Limit-Sell-Orders und diese sind aber auch dann erst notwendig, beispielsweise, wenn wir sehen, in ein, zwei, drei Jahren, es geht gut nach oben, dann kann man mal anfangen, wieder Coins auf die Börse zu schieben, Limit-Verkaufs-Orders zu platzieren, nach einem festen System und dann mit jedem Abverkauf sich freuen, Coins wieder runternehmen oder US-Dollar wegtransferieren. Das ist der Plan. Fazit von Franco, also im besten Fall 40x, realistisch 20x, seine Prognose für Ethereum. Lass mich doch gerne mal deine Kommentare, Einschätzungen wissen, waren super wertvolle Kommentare im letzten Video. Ich hoffe dieses Mal auch, dass es hier so einen tollen Austausch gibt. Zum Abschluss noch ein paar Regeln, die ich sehr cool finde. Franco hat auch viele Kommentare hier nochmal gelesen und beantwortet und daraus abgeleitet nochmal ein paar Hilfestellungen gegeben. Franco ist 10 Regeln für die 10%, nämlich die 10%, die am Kryptomarkt Gewinne erzielen. Und ein paar habe ich gehighlighted, schaut euch die ganzen aber hier auf Twitter, wie gesagt, bei Franco nochmal an. Wir handeln niemals aus Emotionen heraus, Emotionen führen zu dummen Entscheidungen, dumme Entscheidungen machen dich arm. Das ist der Punkt. Wir halten dann doch zu lange oder verkaufen nicht. Deshalb Limit Orders vorher die klare Strategie. Ansonsten, wir sind geduldig. Manchmal ist es langweilig, aber in Bezug auf Jahre sagt man sich heute auch, ja hätte ich mal da meine ersten 500 Euro Bitcoin 2017 nicht gleich verkauft. Und dann heißt es aber auf lange Sicht betrachtet, alles richtig gemacht. Es gibt auch manchmal langweiligere Phasen, aber wir sind geduldig, weil wir wollen keine Verdopplung, sondern wir wollen wirklich 10x, 15x mit unseren Investments hier machen. Und da muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen. Dann das nächste, nicht auf einen Coin verlassen. Also Bitcoin wahrscheinlich bei jedem mit drin. Ethereum, aber streut es am besten noch über weitere Coins. Wer weiß, wer noch da ist im nächsten Bullrun. Deshalb freue ich mich, wenn ihr mitmacht bei der Abstimmung. Link in der Beschreibung. Google Formular. Welche Altcoins sollen wir noch ins Portfolio nehmen, neben Bitcoin? Ja, lasst mich wissen. Auch in den Kommentaren gerne eure Begründung. Quant habe ich schon ganz viel gelesen bei euch. Ja, das so ein paar Anmerkungen. Hier an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Franco, der das Ganze hier zur Verfügung stellt, sich seine Gedanken macht. Und ja, ich glaube auch Spaß dabei hat, mit euch hier zu diskutieren. Wie gesagt, folgt ihm auf Twitter. Er wird ebenfalls die Kommentare hier lesen, wenn ihr Fragen habt, direkt. Und ansonsten freue ich mich auf Teil 3 der Videoserie und viel Kommentare, Likes für den Algo. Dann sehen noch ein paar mehr Leute dieses Video. Und wir werden hoffentlich vermögender durch Krypto und nicht ärmer. Und damit viel Spaß, einen tollen Tag dir. Mach's gut. Dürfen No 6 Untertitelung des ZDF, 2020